Ich habe richtig gute Nachrichten für dich, guck was ich für dich hab Oh, Entschuldigung Äh, warte, warte, warte Hier Hier, nimm mal Sorry Warte, warte, das ist aber noch nicht alles, weil nur Buletten hatten wir ja schon Aber Wie fies Ey, du Idiot, du bist doch mal reingemessen Warte, warte Okay, dieses Mal schaff ich Und Hier, bitte Ey, jetzt sind wir wieder Bros, wir sind wieder Bros, ne? Ja, ne? Also Warum?